Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tech-Berat. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um eine Telefonanlagenlösung, in dem Fall eine von Jesta und zwar die neue P-Serie. Jesta hat letzten Monat die P-Serie gelauncht und hat sich dabei einiges gedacht. Bevor wir allerdings uns die mal genauer anschauen, gibt es noch ein paar Informationen, aber diese nach dem Intro. Das Besondere an der P-Serie ist, dass der hier Jesta sich gedacht hat, wir machen das Ganze ein wenig einfacher. Und das kommt mir sehr entgegen, denn ich bin ja Computerkind der ersten Stunde und was ich immer schon sehr geliebt habe, ist der Begriff Clicky-Bunty. Clicky-Bunty wurde irgendwann mal unter verschiedenen Leuten kreiert, sage ich jetzt mal, die bedienfreundliche Benutzeroberflächen schön finden. Und zwar Clicky-Bunty. Im Grunde genommen hat Microsoft-Gründer Bill Gates die erste Clicky-Bunty-Oberfläche entwickelt, indem er nach dem DOS dann das Windows auf den Markt brachte. Und so konnte man dann mit der Maus, die ja dann von Apple erfunden wurde, damals noch von Steve Jobs, wunderbar Clicky-Bunty-Maßnahmen vornehmen. Und hier hat Jesta jetzt in der heutigen Zeit gedacht, wir brauchen dringendst eine Voice-over-IP-Telefonanlage mit maximaler Leistung, aber so wenig wie möglich Administrationsoberfläche. Denn für viele, die es vielleicht nicht wissen, solch eine Telefonanlage einzurichten, ist überhaupt gar nicht so einfach. Da sind sehr komplizierte Vorgehensweisen, Begrifflichkeiten, die man so nicht kennt und das kann man natürlich verkürzen. Hier ist es also so, dass verschiedene Anlagenanbieter natürlich immer versuchen, das einfacher zu machen, aber trotzdem die maximale Leistung mit guter Hardware und guter Software dahinter zur Verfügung stellen. Ich habe also oder ich bekomme hier also eine sehr hochwertige Anlage, die ich aber dann, wenn ich sie einmal eingerichtet habe und auch leicht oder relativ leicht eingerichtet habe, ich will da nicht sagen, dass das jetzt für alle die ideale Lösung ist, dass jeder jetzt diese Anlage einrichten kann. Was ich aber sagen kann ist, wenn einmal die Anlage von einem Administrator übergeben wurde, dass es dann jedem leicht fallen wird, dort selber Ergänzungen oder Änderungen oder seine eigenen Wünsche anzupassen. Das heißt, es kommt ein neuer Mitarbeiter dazu, ein neues Telefon wird angeschlossen, ein neuer externer Arbeitsplatz wird eingerichtet. Das sollte dann jeder sogar alleine können. Warum ist das möglich? Das liegt daran, dass es hier auf der P-Serie diese neue innovative Clicky-Bunti-Oberfläche gibt, mit der man dann teilweise mit Drag & Drop arbeiten kann. Wo jeder Mitarbeiter einen eigenen Zugang bekommt, um dann selber sich zu reporten bzw. zu schauen, wann habe ich was gemacht, um zum Beispiel auf dem Hohen Arbeitsplatz Leistungsnachweise zu erbringen oder einfach seine Bereitschaft zu signalisieren. Denn zusätzlich zu der von mir genannten Clicky-Bunti-Oberfläche hat die Anlage noch ein sehr tiefgehendes Reporting, unter anderem ein Live-Dashboard. Und zwar ein Live-Dashboard, bei dem der Vorgesetzte, der Administrator oder auch der Mitarbeiter jederzeit in die Geschehnisse eingreifen kann und sich anschauen kann, was denn da los ist. Das heißt also, ich habe hier eine wunderbare, schöne Oberfläche, mit der ich sofort alle aktuellen Ereignisse auf einen Blick sehe und kann diese dann für mich verwenden. Der Supervisor, der im Hintergrund dann sitzt, der kann sogar anhand dieser Oberfläche einzelne Anrufe zuruten, umleiten oder wegschicken in eine Anrufbeantworter zum Beispiel. Die Einrichtung von Warteschleifen und anderen Callcenter-Funktionalitäten sind natürlich selbstverständlich. Das bringt diese Anlage alles mit, da brauchen wir uns nicht drüber sprechen. Das Besondere ist natürlich, und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir uns mal auf die Benutzeroberfläche begeben, ist halt tatsächlich diese innovative Oberfläche. Für wen ist diese Anlage geeignet? Es gibt ja schon sehr viele wunderschöne Anlagen von Jesta, um damit sein Tagwerk zu verrichten. Diese Anlage ist jetzt hier speziell an klein- und mittelständige Unternehmen gerichtet. Da zählt natürlich auch die Arztpraxis oder die Apotheke zu, genauso aber auch das Callcenter. Und zwar hier mit einem Spezialschwerpunkt auf Inbound-Callcenter, denn wie gesagt, es gibt hier eine hervorragende Reporting-Möglichkeit, mit der ich super arbeiten kann. Das heißt, alle eingehenden Gespräche können geroutet, Agenten können sich rein oder raus aus Warteschleifen schalten. Ich kann statische oder dynamische Einstellungen vornehmen. Das heißt, ich habe hier die maximale Flexibilität. Und bevor wir jetzt endlich auf die Fläche gehen, muss ich allerdings, weil es einfach so schön ist, noch ein paar Sachen erwähnen. Dann sind wir aber auch schon soweit. Ich kann diese Anlage sofort und unmittelbar an jedes bestehende System andocken. Denn viele Unternehmen haben natürlich das Problem, berechtigterweise die Infrastruktur umzustellen. Und das erleichtert uns natürlich jede JEST-Anlage, nicht nur die neue P-Serie. Denn ich kann sie parallel betreiben. Ich habe ein Video online, könnt ihr euch anschauen. Da wird dann so eine Anlage hinter einer bestehenden Fritzbox geschaltet. Die Fritzbox ist einer der meisten verwendeten Router. Die findet man in vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen immer noch. Und man kann dahinter arbeiten. Das heißt, ich kann sozusagen ein Paralleluniversum aufbauen, ohne große Störungen und auch ohne große Kosten. Bevor wir uns jetzt endgültig mit der Oberfläche beschäftigen, möchte ich allerdings noch einen wichtigen Punkt anmerken. Dadurch, dass wir so flexibel sind und die parallel anbauen können, haben wir auch, was das Thema Endgeräte betrifft, hier ganz besondere Vorteile. Und zwar hat die JEST-A-P-Serie, wie aber auch die anderen, ja die Möglichkeit, einen sogenannten Linkus-Klienten dazu zu packen. Das ist ein Software-Klient, den ich sowohl auf dem Smartphone, auf dem Computer, quasi fast auf jedem Endgerät installieren kann. Das heißt, ich brauche dann nur noch entweder mein Smartphone zu benutzen oder ein Headset an meinen Computer anschließen und ich bin sofort in der bestehenden Infrastruktur, ohne großen Aufwand. Die Verbindungen mit den Klienten, mit den Linkus-Klienten, die sind über ein Frankfurter Rechenzentrum gesteuert. Das heißt also, die Anlage, egal wo sie steht, ob sie jetzt in der Praxis steht, in der Schule oder bei Ihnen im Unternehmen, connectet diese datenschutzkonform mit einem Frankfurter Rechenzentrum und die Mitarbeiter connecten dann mit dem Klienten-Server auf dem Rechenzentrum und können dann von jedem Ort zu jeder Zeit diese Verbindung herstellen und sind sofort im Kreislauf. Und das Ganze parallel. Das heißt, habe ich einen Arbeitsplatz in meiner Arbeit, dann kann ich den natürlich auch zu Hause sofort nutzen. Ich kann mich mit vier, fünf verschiedenen Endgeräten gleichzeitig anmelden. Der Supervisor sieht im Monitoring, wo ist der gerade, mit welchem Endgerät ist er angemeldet. Also maximale, flexible Möglichkeiten. Und das Ganze super einfach, super schnell. Ich kann als Supervisor verschicke ich einfach Links. Mit den Links kann ich dann, werde ich dann zur Jesta-Seite geführt, kriege dort sofort zum Downloaden meine Klienten zur Verfügung gestellt. Das heißt also, egal welche Herausforderung jetzt kommt, egal wie schnell sie sein muss, ich kann sofort jeden umstellen, egal wo er ist. Als Beispiel nochmal kurz in der Praxis, für eine Arztpraxis mal. Mitarbeiter laufen in der Arztpraxis rum, Telefone sind an verschiedenen Positionen stationiert. Ich bin natürlich damit immer unflexibel. Viele gehen dann hin und holen sich dann so Deckgeräte und gehen damit durch die Landschaft. Aber wie ist das? Deckgerät liegt immer woanders. Was hat man heute gut immer dabei, wenn ich jetzt selber Arzt bin? Ich habe immer mein Smartphone dabei. Das heißt also, laufe ich in der Praxis rum, kann ich den Link-Offs-Klient hier auf meinem Smartphone installieren und bin dann darüber erreichbar, sofern ich will. Ich kann hier dann eine Nebenstelle einrichten, die dann nur die Mitarbeiter kennen. Die können dann Telefonate, die wirklich dringend erforderlich sind, dann auf mich umruten mit ein paar wenigen Klicks und ich bin dann erreichbar. Ich weiß, klingelt der Link-Offs-Klient auf meinem Telefon, dann sollte ich da dran gehen. Und diese Maßnahmen sind natürlich überall denkbar. Ich kann im Auto Gespräche annehmen, ich kann zu Hause Gespräche annehmen, ich könnte im Urlaub, was wir natürlich nicht wollen, Gespräche annehmen. Maximale Möglichkeiten mit einer wirklich wunderschönen, clicky-bunty Oberfläche und da kommen wir jetzt endlich dazu. Also sehen wir uns jetzt hier auf dem Computer. Ja, herzlich willkommen auf der Yeastar P550. Durch selbstvergebene Zugangsdaten kann man sich hier natürlich anmelden und hat dann alles, was man braucht. Der Unterschied zu den anderen Serien ist von Yeastar, dass wir hier direkt mit einem Dashboard begrüßt werden, was natürlich ein bisschen Vorteile hat, weil man hat sofort alles auf einem Blick und kann dann sofort hier auch eingreifen im Falle eines Falles. Über das Dashboard kann ich sehen, wie viel Auslastung momentan da ist beziehungsweise ob genug Nebenstellen registriert sind und so weiter und so weiter. Also hier haben wir alle schönen Möglichkeiten, alle Eingriffsmöglichkeiten, die es so gibt. Dann ist hier hier raschig aufgebaut, die wichtigsten Errungenschaften sozusagen. Ich kann also hier sehr viele verschiedene Endgeräte sofort einbinden und auch vergeben. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dann die Endbenutzer über die verschiedenen Konfigurationen dann anzulegen und vor allen Dingen kann ich hier auch in den Nebenstellen mehrere Nebenstellen hinzufügen. Das heißt, ich muss mich hier nicht nur auf eine Nebenstelle beschränken. Wie man hier gut erkennen kann, sind die verschiedensten Endgeräte hier grafisch dargestellt. Das heißt, wir haben momentan hier in dieser Testumgebung nur einen Computer mit einer Linkus-Klienten verfügbar. Das ist ein Mac-Computer, der hier angeschlossen ist und damit können wir wunderbar arbeiten. Dann haben wir hier angesprochen den Linkus-Server. Das heißt also, in der Standardversion wird die GESTA P550 mit der Callcenter-Funktion ausgeliefert. Möchte ich den Linkus-Service dazu buchen, dann muss ich hier einen gesonderten Plan buchen, den Linkus-Cloud-Service. Der ermöglicht dann das Connecten mit dem Server, in der, wie gesagt, er in Frankfurt steht. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, die Endgeräte einfach per Klick anzubinden. Das geht sehr simpel. Ich kann also hier hingehen und sage dann jetzt wieder zum Beispiel bei dem betroffenen Kunden, dass er hier eine Willkommens-Mail geschickt bekommen soll. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Benutzerdaten hier vollständig hinterlegt sind. Das heißt, die Nebenstellen sind eingerichtet. Das muss in der aktuellen Version noch manuell gemacht werden, was aber für den Profi auch kein Problem ist. In einem weiteren Update haben wir die Möglichkeit, hier dann die Telefone oder die anderen Nebenstellen dann per Autoprofessionierung anzuschließen. Das folgt in Kürze. Wir rechnen da im Dezember mit. Dann kann man natürlich auch noch verschiedene Gruppen bilden. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Nebenstellengruppen zu bilden. Und da sind natürlich ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gerade im Bereich der Callcenter-Funktionalität möchte man ja vielleicht die eine Gruppe für die Bereich, die andere Gruppe für den Bereich. Natürlich habe ich auch, wie immer, die Möglichkeit, verschiedene Anbieter anzubinden. Das heißt, ich bin ja vollkommen flexibel. Ich könnte theoretisch, wie ja schon angesprochen, sogar jetzt hier meine Fritzbox einbinden. Oder ich habe jetzt hier eine andere Anlage zusätzlich mit eingebunden. Das heißt, ich habe quasi die zwei Anlagen verknüpft und könnte sogar über meine S20, die hier verbunden ist, mit raus telefonieren. Dann habe ich noch zwei verschiedene Internet-SIP-Anbieter-Provider angeboten, die sich hier bewährt haben, mit denen man sehr gut zusammenarbeiten kann. Sollten Sie dazu Fragen oder Wünsche haben, dann stehen wir natürlich gerne hier zur Verfügung. Auch da beraten wir Sie gerne, mit welchen Anbietern wir gut zusammenarbeiten und können die dann auch bevorzugt dann hier eintragen. Dann haben wir ja noch eine Besonderheit hier bei der P-Serie. Wir haben hierarchisch aufgebaute Rollen. Das heißt also, je nach Rollenvergabe gibt es unterschiedliche Rechte, die ich hier nutzen kann, um dann den Mitarbeitern sozusagen einen eigenen Zugang zu geben. Das ist ja von Vorteil. Da gucken wir gleich raus. Ach, wie sehr. Das muss ich jetzt gerade mal sagen. Schön, dass wir das Video gerade geöffnet haben. Ich habe nämlich heute ein letztes Update gemacht. Das heißt also, die Autoprovisionierung der Telefone ist ab heute möglich. Sehr schön. Das ist also jetzt hier nicht gestellt. Das finde ich sehr schön. Das heißt also, das wollte ja Jista nachliefern. Ab sofort ist das möglich. Was bedeutet das für die Nicht-Profis unter uns? Das bedeutet, dass wir ein Telefon einfach im Internet anschließen, also in unserer Infrastruktur anschließen können und können dann hier mit wenigen Klicks dieses Telefon dann hinzufügen. Das ist also wunderbar möglich. Also der sucht quasi im bestehenden Bereich, sucht der nach Telefon und die kann man dann hier hinzufügen. Dann haben wir die Anrufsteuerung. Das ist schön, wenn man quasi so hierarchisch dann da vorangeht. Das heißt, wir beschließen dann oder können dann hier festlegen, welche Leitungen gehen wohin. In dem Fall haben wir eine eingehende Leitung. Ich habe also eine beliebige Leitung genommen und die wird auf die IVR geleitet. Das sind diese Nummern. Kennen Sie ja vielleicht. Bitte drücken Sie die 1 für, drücken Sie 2 für, drücken Sie 3 für. Damit wir quasi dann im Background dieser IVR dann hier auch nochmal unterscheiden können. Dann können wir bestimmen in der kleinen, einfachen Konfiguration, über welche Leitung wird nach Hause telefoniert. Dann können wir unsere Geschäftszeiten anlegen, eine Notfallnummer anlegen und so weiter. Der nächste Step beschäftigt sich sofort dann schon mit den klassischen Anruffunktionen, Anrufmerkmalen. Da haben wir Voicemails. Wir können verschiedene Voicemails für jeden Mitarbeiter einzeln und weitere Funktionscode oder halt jetzt diese IVR anlegen. IVR ist so, dass dann ich darüber bestimmen kann. Das ist ganz interessant. Gehen wir einfach mal rein. Welche Ereignisse, die sich dann unter welchem Tastendruck dann hier wiederfinden. Ich habe also die Möglichkeit jetzt, ich habe hier einfach mal gesagt, wenn man die 0 drückt, dann soll es direkt auf eine Nebenstelle geleitet werden. Drücke ich die 1, geht es in eine spezielle Warteschlange, nämlich in die Warteschlange. Alle wartenden Mitarbeiter drücke ich die 2, geht es in eine gesonderte Anrufgruppe, die ja unabhängig von der Warteschlange sein können. Und da kommen wir dann auch direkt darauf zu sprechen. Ich kann also Gruppen und Warteschlangen bilden und habe dadurch natürlich den Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt in einer Warteschlange erstmal alles verarzte, was so reinkommt, kann ich die dann hier auch noch auf die Gruppen verteilen. Also das ist dann das Schöne. Und dann haben wir Konferenzfunktionen, die wir einsetzen können, Kurzwahl und auch Aufzeichnungsmöglichkeiten, die dann bestimmt werden können, global. Natürlich mit der Abwählfunktion, um dem Datenschutz gerecht zu werden. Dann kann die Anlage hier diverse Einstellungen vorgenommen werden, wie dann zum Beispiel eine Spracheinsage, SIP-Einstellungen und so weiter. Das System hat die Möglichkeit, das Netzwerk kann man hier einrichten. Das ist übrigens eine sehr schöne neue Funktion, auch bei der Jesta. Ich kann hier über einen NFC-Chip, der sich in dem, ich zeige hier hin, weil die steht hier links von mir, befindet, kann ich die Startinstallation machen, kann alle Daten auslesen. Das ist für uns Administratoren natürlich sehr schön. Ich kann Datum, Uhrzeit, kann E-Mails bestimmen und so weiter. Also das sind so Standardeinrichtungen. Wunderbar. Und wie man sehen kann, alles sehr schön aufgebaut, nicht versteckt in irgendwelchen Lücken, sondern man kann die schön Stück für Stück hier abarbeiten. Also wunderbar. Dann habe ich natürlich die Wartungsmöglichkeiten. Sicherheit habe ich übergangen, wollte ich natürlich nicht. Ich habe Sicherheitsregeln. Hier ist nämlich eine High-End-Firewall mit verbaut, damit dann am Ende auch keiner hier Zugriff auf meine Daten hat und die dann auch geschützt sind. Weil gerade wenn ich ja im Heimarbeitsplatz Mitarbeiter habe oder auf Standorten verschiedenen, dann ist natürlich die Anlage in irgendeiner Form schon von außen erreichbar. Und das kann ich nur durch eine wirklich gute Firewall dann hemmen. Ja, der Rest ist, denke ich mal, ideal Standard, was man sich halt so vorstellen kann. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal aus diesem Menü heraus, denn das ist ja alles sehr technisch. Wir wollen ja ein bisschen Action sehen. Und Action sehen wir, indem wir uns einfach mal jetzt hier einen Mitarbeiteransicht, in dem Fall die Mitarbeiterform Supervisor, die Supervisoransicht zu eigen machen. Und da haben wir nämlich die Besonderheit der P-Serie, auch wieder Clicky-Bunty. Ich habe hier sofort die Nebenstellen auf einen Blick und kann dann jetzt hier in die Konsolenübersicht gehen. Und das ist ein Monitoring, was seinesgleichens sucht. Denn ich bekomme hier sofort alle Aktivitäten in Echtzeit angelegt. Das ist natürlich absolut genial. Ich kann auch gucken, wie viele Agenten, wie viele Warten und, und, und. Also schon super. Dazu habe ich dann ein Management-Tool, wo ich dann die einzelnen Gespräche leiten kann, beziehungsweise auch Agenten an- oder abmelden kann. Das heißt, wenn die jetzt hier in dem Fall sind, sind sie statisch verbunden. Das heißt, die sind sowieso in dieser Warteschleife, die ich hier also fest mit eingeplant. Ich könnte aber, wenn ich jetzt hier Mitarbeiter da drin habe, die nicht in der Warteschleife sind, um die zum Beispiel jetzt rüber zu holen, kann ich die tatsächlich dann hier umsetzen und entsprechend damit verarbeiten. Dann habe ich natürlich ein sehr umfangreiches Reporting, wie zum Beispiel dann die Anruflisten. Das sind ja also meine Tests, die ich so gemacht habe. Ich kann auf alle Voicemails, die eingegangen sind, zurückgreifen. Ich habe die Aufzeichnungsmöglichkeiten. Und ich kann als Supervisor oder auch als Mitarbeiter mir gewisse Mails zusenden lassen, wenn zum Beispiel jetzt ein Anruf entgangen wurde oder Ähnliches. Das gehört alles hier zum klassischen Reporting. Und damit habe ich dann natürlich die volle Kontrolle. Das heißt, wenn hier irgendwas schief geht, kann ich das wunderbar damit kompensieren. Ja, das war es dann auch schon, weil wir haben jetzt insgesamt eine halbe Stunde uns über eine einfache Telefonbox unterhalten. Und ich denke, das sollte fürs Erste reichen. Es folgen natürlich noch weitere Videos, aber für den ersten Eindruck und für die, für das, damit man mal weiß, wo jetzt hier der Schwerpunkt liegt, denke ich, passt das. Also von daher würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben natürlich, wenn euch dieses Video gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.